Dirk Bremser ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und jetziger Trainer. Karriere Bremser begann seine Karriere beim VfL Bochum, zu dessen Bundesliga-Kader er bis 1987 gehörte. Zur Saison 1987-88 wechselte er zum Drittligisten Preußen Münster in die Oberliga Westfalen, mit dem er 1989 in die 2. Bundesliga-Aufstieg. 1990 wechselte Bremser zum Liga-Rivalen MSV Duisburg, mit dem er in der Saison 1991 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Da er dort den Klassenerhalt verpasste, wechselte er 1992 zu Bayern 05 für Dingen, mit dem er jedoch erneut in die 2. Bundesliga-Abstieg. Daraufhin spielte er vier Jahre lang mit Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Nach dem Aufstieg in der Saison 1997 verließ er Hertha BSC und spielte mit dem VfB Lübeck und Holstein Kiel drei Jahre lang in der Regionalliga, bevor er seine Karriere beendete. Zur Saison 2001 wurde Bremser Co-Trainer von Uwe Erkenbrecher beim VfB Lübeck. Nach dessen Entlassung im November 2000 arbeitete Bremser bis März 2001 als Trainer beim VfB Lübeck, bevor er nach der Verpflichtung von Dieter Herking wieder ins zweite Glied rückte. Im Sommer 2004 wechselte er mit Herking zu Alemannia Aachen. Nach dem Wechsel von Dieter Herking zu Hannover 96 arbeitete er zunächst als Interim-Coach weiter und trainierte die Mannschaft beim DFB-Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC. Nachdem Alemannia Aachen die Verpflichtung von Michael Fronzek als Herking-Nachfolger bekannt gab, verließ Bremser den Verein. Von September 2006 bis August 2009 arbeitet Bremser als Co-Trainer bei Hannover 96 mit Herking, assistierte danach dem Herking-Nachfolger Andreas Bergmann und musste dann am 20. Januar 2010 dem neuen Trainergespann um Mirkos Lomka weichen. Zum 7. Februar 2010 wurde die Verpflichtung Bremsers als Co-Trainer des 1. FC Nürnberg bekannt gegeben. Zum 1. Januar 2013 wechselte er als Co-Trainer zum VfL Wolfsburg. Er folgte damit seinem Chef Dieter Herking ein weiteres Mal zur nun insgesamt fünften gemeinsamen Station.